Hey Leute, hier ist Hunted. Mich hat soeben erst das Gameplay-Material vom neuen Helden erreicht. Wir spulen hier nochmal vor. Ja, neuen Evo, Stufe 80. Schon mal vielen Dank. Allerdings, was ich so auf die Stelle sehen konnte, sehen wir noch nicht so viel von der Fähigkeit bzw. von ihrer Stärke. Also wir sehen ihren Proc, der fliegt hier über die ganze Map, visiert hier Einheiten und Helden an. Keine Gebäude, soweit wie ich das hier sehe. Und dann sehen wir da diesen kleinen Buff, denke ich mal, über sich selber drüber, diesen Angriffs-Buff. Und richtig was sehen können wir erst, denke ich, wenn die Gute oder der, die, der hier irgendwo in Devo mit dem 10er-Skill rumläuft. Ihr seht, Truppen und Helden waren hier zuerst im Fokus. Alles weggehauen. Müssen wir einfach mal abwarten, wie stark sie sich hier denn wirklich erweist. Aber ihr habt erstmal einen Eindruck zum Skill. So sieht die Gute aus oder der Gute läuft hier rum. Und ja, ich habe jetzt schon einen Screenshot von den Lava Rewards, werde ich wahrscheinlich als Thumbnail nutzen. Es gibt Seelenfragmente von dem Helden bei Lava 4 in den Thronen. Das heißt, wenn man fleißig Lava 4 spielt, kriegt man über Monate, Jahre wahrscheinlich den Helden irgendwie zusammen. Mal schauen, wie oft da der oder die Belohnung kommt. Ja, können wir nochmal an Anfang gehen. Aber wie gesagt, ich denke, wir müssen da noch ein bisschen warten, bis der Held irgendwie Devo ist, um hier ein bisschen mehr aussagen zu können. Aber für den ersten Eindruck soll das gelügen. Da sieht man den kleinen Totenkopf. Das sieht ja lustig aus, der darüber aktiv ist. Ja, so viel zu Walla Walla. Mal schauen, was uns da noch in den nächsten Tagen erwartet, wie stark der Held ist. Das war's von mir. Euer Mantel. Tschüss!